hallo und willkommen zurück bei doom 3 wir haben den auftrag wieder zurück zu gehen wir haben das signal abgeschickt das hilfe ruf signal quasi obwohl ich immer noch nicht weiß ob das so richtig war was wir da gemacht haben na ja scheiße bin ich denn jetzt hier gelandet ach hier ja lass mich doch in ruhe du scheiße was ist denn da los da ist ja noch einer ja ich weiß leider nicht ob das richtig war was wir da gemacht haben hier komme ich jetzt nicht mehr durch achte scheiße ja dann ist aber echt komisch also hier unten sind wir können wir definitiv nichts machen hier ganz unten von da kommen wir ja eigentlich oder und gibt es in erwartung eine magnetbahn station ich glaube nicht oder hier sind wir ja gerade auch schon gewesen haben wir hier wieder ein lift ja wir können nur noch ganz oben eigentlich aber das macht auch wenig sinn da waren wir ja auch schon ja ja ich habe keine ahnung wie wir jetzt hier wo weiterkommen sage ich ganz ehrlich ich weiß es nicht weil hier waren wir ja auch schon genau safety control und die haben wir dann das signal abgesetzt nachricht gesendet aber wir können hier sonst sonst irgendetwas machen komisch 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 wo muss ich jetzt hin wie geht es weiter hier waren wir eine Comerrande Daonen waren wir sind auf ebene 3 aber ganz unten geht es ja auch nicht ich habe es nicht ohne witz ich hoffe es nicht ich habe keine ahnung wo zum teufel wir hin müssen ich weiß es nicht so hier kann man mit dem kleinen schutzknoten an wenn hier noch ein gegner ist dann kommt vielleicht hier ja jetzt weiter da kommen wir definitiv nicht mehr durch aber von da kam er doch oder ja dann ist hier jetzt auch ende das kann doch nicht wahr sein ich habe echt keine ahnung leute ich weiß es nicht von hier kamen wir und hier ist jetzt alles zu ja dann gucken wir mal weiter hier waren wir kommen gerade von oben oder von unten wir kommen von oben vielen dank fürs fahren wir wollen aber nach ganz unten ich habe keine ahnung wirklich nicht wo ist diese komische bahn station seit sind wir wieder hier hier ist doch so eine magnet bahn oder ist das nicht so ein ding kann ich aber nichts machen da geht auch nichts da haben wir den nächsten lift hier kann ich auch nichts tun ich habe keine ahnung wie es hier weitergeht leute hier können wir wieder ein lift rufen so und dann können wir hier an der seite zur garage gehen man 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 das kann doch nicht sein wir muss doch irgendwie muss es doch hier raus gehen hier geht nichts ne lift zugang steuerung unter geschoss 1 in station 2 so dass das was sagen ich denke ja wir kommen noch von da das ist doch total bekloppt hier hier waren wir auch schon da wieso sind jetzt hier wieder leute hier kommt jetzt keiner kann ich hier irgendwie bahn zugang entriegelt aber wo ist denn die bahn naja ich schau mal vielleicht ach das hier oh mein gott ernsthaft es ist doch so einfach und ich raff es nicht unfucking fassbar ja hätte man natürlich auch mal drauf kommen können man sollte sich sowas vielleicht auch mal merken dass da irgendwie was ist wo man dann vielleicht auch mal weiterkommt oder wo man weitergehen müsste man was für ein dämlicher scheiß ohne witz ich wechsel mal schnell hier die waffe wo muss ich denn jetzt wo muss ich lang und jetzt da hoch muss ich da hoch ich weiß es nicht da ist eine flasche hier nicht da komme ich aber nicht weiter hier ist noch eine flasche warum komme ich denn da komme ich nicht lang ist irgendwas nö okay hier können wir da ja optimal das das passt schnell zu dann passt es es ist trügerisch ruhig hier natürlich wahrscheinlich genau deswegen so da habe ich wieder richtig viel ammo drin das gefällt mir niedriges mist viel hängt einer von der decke das finde ich echt uncool da möchte ich gerne kurz vorher schießen jetzt habe ich ein bisschen über den menschen ist das eklig du bist auch eklig wo die mal herkommen ist das so ein mega boss oder was hat er ging aber relativ schnell eigentlich tot zu kriegen das hat mich jetzt ein wenig gewundert ach dass er noch so einer ja ich kann ja eigentlich nicht wirklich ausweichen die kommen wir wieder zurück doch ich kann dann ausweichen hat schon einer nach mir gehauen aber alter ich raste aus habe ich hier noch irgendwas wo ich mir ein bisschen hp zurückholen kann wahrscheinlich nicht war alter aber jetzt auch ein bisschen blöd das erste hilfe gewesen sehr gut weiter geht's ist die kacke lache dann dann rufe ich mal den lift in der hoffnung dass da nicht direkt schon wieder besuch drin ist ja dann fahr mal runter das ist schon nicht ohne hier ich hätte ja nicht gedacht dass das so so scary ist das spiel wenn der zur seite geht sieht das kacke aus nein alter 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 ich weiß dass heute über sie so richtig stehen mir gerade vor wie man wie das spiel hier das spiel hier wohl wäre wenn man das ganze auf dem höchsten schwierigkeitsgrad spielt da wäre wahrscheinlich schon mehrmals gestorben oh oh da ist das krank dieses spiel meine fresse so wir wollen weiter jetzt kommt das achte da ist schon wieder einer alter ich raste noch mal aus hier ach ja leute 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 zellen was können wir eigentlich mit diesen zellen machen was war das denn nach wieder so einer torpedos was scheiße alter finde das pumpensteuergerät um die defekte pumpe abzuschalten und das akku ist schwach super ich raste aus lass mich in ruhe ok so aber da der akku ja bald auch schon wieder sein geist aufgibt werde ich mich jetzt hierhin stellen und werde die folge für dieses ja für dieses sehr gut werde die folge hiermit beenden es geht weiter in der nächsten folge wenn euch das video gefallen hat wenn euch das ganze die ganze serie quasi gefällt mit dem 3 da würde ich mich natürlich sehr freuen wenn ihr euch die anderen videos mal anschaut wenn ihr kommentar da lasst was gut was schlecht war wenn in den dingen daumen nach oben gibt würde ich mich auch sehr freuen und am meisten freue ich mich natürlich wenn ihr ein abo da lasst und ja ich bedanke mich bei allen fürs zusehen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin wir sehen uns im erstenrian aber wir sehen uns in den nächsten folgen